servus leute zum ersten champions league vorrundenspiel gegen den fc basel ja wir sind zu gast gegen wir spielen gegen eine gleich starke mannschaft das muss man ganz klar sagen alex frei noch beim rfc basel die haben eine sehr sehr gute mannschaft ganz knapp wir sind sehr schnell vor allem ihre mittelfeldspieler sind ziemlich schnell das ist ja das ist das problem wenn wir spieler hochziehen wenn wir halt so schwache spieler zu weltklasse spieler formen kann man nicht alle fähigkeiten sauber abdecken das heißt wenn du zum beispiel ein stürmer hast die defizite beim beim antritt oder bei der beschleunigung was machen die länder wenn sie beim antritt oder bei schnelligkeit defizite haben dann ist die wahrscheinlichkeit dass du irgendwie so nach vier jahren immer noch defizite bei geschwindigkeiten hast fähigkeiten beim weil sie ballkontrolle so kann man kann man wettmachen aber antritt oder sowas ist ziemlich blöd wenn er ganz niedrig ist deswegen es müssen gewisse fähigkeiten schon recht gut sein damit du nicht alles lernen muss weil das beschleunigt die ganze sache nicht unbedingt klasse weil es aber jan sommer im tor ist auch kein schlechter hin weil es aber leser tritt sich durch oh gott sagt man das wird ein heißer tanz auf jeden fall hähnen 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 ja die aber instant abgeschlossen ja meine verteidigung die funktioniert ehrlich gesagt ganz gut die durchschnittsnoten gehen eigentlich binting ist es bei einer circa bei einer 3,0 das ist schön sech die gut war alles klasse gemacht schön durchgesteckt von david hähnen zack nur mal kurz angenommen schön wirklich schön gemacht Salah Sua kommt nicht mehr ganz ran schönes Ding Wolski hähne hähne völlig frei und haut das Ding unter die Latte noch mal hähnen leck mich am Arsch das sind so Spiele die müssen wir alleine wegen dem Geld gewinnen waren wir das jetzt? ich glaub ja ne? ah fuck man es ging so schnell guck mal zack ja 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 schade das war es wow schöne Stellungsspiel ja die Wolski scheiße für den die Ball aber ja die hat ihn wieder weil er hat schön zurückgespielt hähnen 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 komm Solo schön dick frei ja er lebt auf oh nein hei ah ah war läser ah fuck man Suarez schönes Ding Seiler ja die hähnen könnte mal ein Lied von singen und jetzt komm er kommt noch ran aber oh ist vorbei 45 Minuten schon vorbei ja wir sind die ganz klar bessere Mannschaft sind im Abschluss allerdings nicht so super geil Hörweg leider nur mit einer 4 warum auch immer dazu die noch mal motivieren heute ist mehr drin auf jeden Fall hähnen wird höchstwahrscheinlich nicht nochmal eine 3,5 kriegen ich werde die Jungs so laufen lassen es läuft ja die Chancen sind da müssen wir nur machen so okay jetzt kommt Seiler schön auf hähnen auf Valesa und der ist im Abseits schade Valesa schön Valesa 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 auf hähnen legt nochmal ab legt nochmal ab hake oh geil alter habt ihr das gerade gesehen oh guck mal guck mal leck mich fett alter überragend 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 wow aber mal sowas von getötet zack ich wechsle nochmal schnell ein wow weltklasse ja guck mal den nehmen wir mal raus guck mal bumm kann eigentlich Stürmer spielen er kann sogar Stürmer spielen guck mal so so guck mal wir hätten aber noch den hier ne guck mal ne wir machen das so pass auf wir machen das einfach so wir haben ja schon eine gute Note geben wir ein bisschen Champions League Luft sieh dann mit der Nummer 7 Mandera da ist er ja Mandera und bumm sehr schön wenn man so solide führt dann kann man auch mal sowas machen bumm na schade in der offensie im Sturm wird er seine Schwierigkeiten haben aber da ist die Chance natürlich auf dem Tor viel größer wow aber das war grad ein Move den kannte ich überhaupt gar nicht im 3D vom Keeper gerade das war richtig krass oh schön Madeira komm 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 der ist doch noch schneller lol oh schade stell dir mal vor ich hab so einen Jugendspieler der ist schön gemacht von Yadi Madeira pum ah schade stell dir mal vor ihr habt so einen 16 jährigen 17 jährigen der hat eine geschwindene äh antritt und schnelligkeit von zum Beispiel 75 was meinst du wie geil das wäre das meinte ich ja es gibt Jugendspieler die haben tatsächlich so einen Speed aber das sind dann wirklich schon Talente die haben 8 Sterne 7 Sterne das dauert bis wir solche Dinge mal kriegen oh Yadi schöne Zweikämpfe sehr geil Soares Binting ach schön sehr schön gemacht Foulspiel oh das war aber wahrscheinlich von uns ne ja wer war denn das Yadi ach komm Jo Ho Park so Madeira oh er sieht da einfach wie schwach diese Jugendspieler noch sind wenn die einfach mal so umkippen ja man sieht auch am Laufstil wie er so hin und her wippt das zeigt dass er entweder total platt ist oder einfach nur nicht so schnell ist aber ist eher nicht so schnell weil er frisch ist ach schon wieder Pum ne umgerannt schön gemacht von Madeira oh Pum und jetzt komm ach diese Abschlüsse total total katastrophal ach aber solchen Spielern musst du eine Chance geben ach boah da wird ja mal richtig ungeprügelt Binting steht da wie in der Eins sehr schön wenn du wenn du wenn du einen Verteidiger hast ne der den Ball hat oder oder am Abwehren ist oder der den zu seinem eigenen Mitspieler köpft ja dann hast du meistens immer gute Noten aber wenn du den immer so raus prügelt und den Ball schon wieder verlierst dann ist das natürlich ziemlich scheiße 14 Schüsse aufs Tor äh Richtung Tor aufs Tor gab es auch Bauten von uns nur 4 aber davon gingen 3 rein ist schon mal nicht schlecht ne ein paar Zuckerminuten und das Ding ist in eine Tüte eingepackt sehr schön sehr schön so in der 5 Jahreswertung machen wir schon mal einen Jump auf den 10. Platz schon mal nicht schlecht es ist ein größerer Abstand auf Platz 9 und noch ein riesiger auf Platz 8 dann 7 geht noch und dann wieder massiv auf Platz 6 so die Noten gehen in Ordnung ja ist in Ordnung 3-0 und die Verteidigung die steht aber auch richtig gut so Schulungszentrum ist fertig ausgebaut die Frage ist was benötige ich für oder was benötige ich noch für die Trainingsplätze brauche ich Trainingszentrum 8 ja das heißt ich bin jetzt gerade mal auf 7 also ich will auf 7 kommen danach muss ich noch was machen die Frage ist was brauche ich da vielleicht kann ich noch irgendwo nachlesen dann hätte sich das ok also von der Frische her ist es hier gerade nicht optimal das Ding ist ja immer ja warum sich Spieler nicht so top entwickeln wenn sie jung sind zum Beispiel bei Hörweg der hat schon sehr sehr gute Werte mit seinen 19 Jahren das Ding ist ja einfach du kannst ab bestimmten Alter nur einen bestimmten Wert erreichen wie zum Beispiel ein 16 jähriger kann höchste Stärke von 70 haben alles was drüber ist kann natürlich vorkommen wird dann runter gedowngradet das heißt du wirst quasi du verlierst einfach das Spiel zieht ihm einfach Fähigkeitspunkte ab wie zum Beispiel ihm hier er darf nicht über sein Zini drüber so sein Talent sein Alter seine Erfahrungen wie auch immer wird irgendwie zusammengerechnet im Hintergrund und dann ergeben sich so und so viele Werte und diese Werte dürfen nicht überschritten werden wir werden sie überschritten wird halt abgezogen deswegen hat man ja zum Beispiel bei Lichnowski auch so komische Werte wie überall 79 ne da könnt ihr daran sehen dass die das sind so das sind die typischen Verteidiger Werte ne für ein Verteidiger braucht es solche Werte da kann man immer sehen dass das ungefähr seine Stärke ist ne guck mal er hat hier 77 77 und 76 gut 76 aber auch schon wieder knapp mit 77 da sieht man immer ganz stark was da los ist oder zum Beispiel bei ihm hier da alle so recht eng beieinander und bis 23 also ab 23 kannst du die komplette Stärke erreichen glaube ich so ungefähr ist das ok als nächstes werden wir gegen Lech Poznan wo sind die denn positioniert auf Platz 5 ich bin immer noch total buff wegen unserer Verteidigung 3 Gegentore richtig geil dabei dabei wechseln wir auch immer ganz ganz fleißig ich denke mal Lichnowski Bogaides dürfen wir jetzt auch mal ran ähm ähm kann ja so machen ne hab ja auch es ist umständlicher aber ne zum Beispiel hier du willst Mavodis ein wechseln und du packst einfach den ähm habe ich das gerade richtig gemacht warte mal hier Hörweg zack Lichnowski will sagen zack Bogaides aber kann das mal jetzt sagt man das nicht so machen Zidane zum Beispiel zack 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 nö egal gut ähm das wäre die Verteidigung rechts links ne umgekehrt so ähm ist natürlich stärker als die anderen beiden aber ich weiß nicht ob ich denen jetzt ein Versprechen gegeben habe dann müsste ich jetzt nochmal reingucken weil wenn doch ok habe ich beim Binting habe ich es zumindest gemacht ein Binting was hat denn der rechts gut lass ich so spielen Kopenui kann doch nicht Masseg ist egal so Elmo Pum sehr schön so gefällt mir das so lobe ich mir das so ne dem lasse ich erstmal nix das das schlecht drauf weil er möchte Stammspieler werden aber muss er das Ziel immer ein bisschen runter schrauben wir sind hier in einem Spitzenverein da kannst du nicht einfach nur Stammspieler sein Sie kommt best, nicht sie dann, kommt best, kommt rein Sehr gut Jetzt kann man schön rotieren Das sind alles Leute, die du kennst Den du vertraust Du hast einen gewissen Kern, der super ist Hier Offensive und so Du kannst immer mal einen austauschen Und sie dann reinbringen, weil du außenrum Super Spiele hast Oder so ein Kumbass, hast unten schöne Verteidigung Vorne hat er noch zwei zentrale Top-Spieler Du kannst hier so ein Kumbass, guck mal 64 hat er schon Guck mal, spitzenmäßig Und haben die ihn total aus dem Loch geholt Was willst du mehr? Was willst du mehr? Toll, einfach nur toll So Checken wir nochmal eben Die Versprechen ab Guck mal, kriegst du noch so Mal Biviadi Kriegst du auch nochmal Zack Binting, du hast gut trainiert Sag ich dem nochmal Dass du auch Ja Gut drauf bist Lichnowski Am Anfang an dabei Trainier sensationell Muss ich ihm sagen Gib ihm ein großes Lob Läuft Läuft Und höher kann er nicht Und höher kann er nicht Solange er Wie alt ist denn er? 18 ist Na, das ist ja das Problem Bei Hörwig Guck mal, er hat hier 77, 77, also knapp 77 Und Hörwig Ist auch nicht weit weg Hat aber weniger Talent Von den Noten her Muss er sich auch noch ein bisschen spuken Aber das kriegt er schon hin Gut, weil er ist ja wieder in Topform So wie wir ihn kennen Okay Dann würde ich sagen Was ist für diese Folge? Ähm Ich bedanke mich wie immer Fürs Zuschauen Ähm Und Ich hoffe ihr schaltet In der nächsten Folge wieder rein Dann werden wir auch Denke ich mal Nochmal in die In die Jugend reingucken Wie sich das hier so entwickelt Noch ein paar Plätze austauschen Wie zum Beispiel hier Guck mal da In Verteidigerposition Zack Wir können aber trotzdem noch Jetzt habe ich mich schon verabschiedet Jetzt gucke ich aber trotzdem nochmal nach In den Ergebnissen Okay, da haben sie gewonnen 3-1 Und da haben sie 1-1 gespielt Na gut Alles klar Dann wie gesagt Ich bedanke mich nochmal Fürs Zuschauen Und wir sehen uns In der nächsten Folge wieder Haut rein Euer Andy Ich bedanke mich noch mal hier